Herzlich Willkommen bei einem neuen Haul von uns. Wir hatten ein Loch im Zahn. Zahnlücke. Heute fange ich mal an, weil meine Frau kränkelt ein bisschen. Die weiß auch noch nicht, was ich alles für Doofsinn gekauft habe. Ich habe keine Zahnlücke. Ich fange mal an. Was ist das? Banane. Toast. Toastbrot. Sehr gesund. Ben, den geben wir direkt mal eine Banane besser. Hast du gleich zwei gekauft? Oh, habe ich jetzt da. Jetzt habe ich mich verraten. Mia, räumst du bitte weiter auf? Ich möchte mich helfen. Schaff Papa heute schon alleine. Oh, ich habe jetzt zwei gekauft. So, los, weiter geht's. Ich muss gucken. Mia, darfst du nichts machen. So. Wir machen heute eine Brotzeit. Fleischsalat für den Papa. Liebe, ich muss weiter weg. Irgendwie ist das mit dem Handy total komisch. Das ist voll reingesinkt. Fleischsalat für den Papa. Ja. Dann haben wir hier so eine Rolle mit Pfeffer. Für Papa. Das Ganze mit Schnittlauch. Hast du auch was für mich mitgebracht? Für Papa. Mit Sonnenblumenkern. Ben macht Licht an, Licht aus. Und dann habe ich für Ben noch. Oh, Frickanellen. Liebling, ich habe nur so viel auf dem Ding. Du zeigst das immer runter. Ja, sorry. Kann weit gehen können wir aber dabei. Nee, danke, dass du mich noch mal daran erinnerst, dass meine Kamera kaputt ist. Gehst du bitte mal zu Ben? Dann habe ich natürlich auch noch das Kartoffelbrot für meine Frau. Danke. Liebling, ich habe es dir gerade gesagt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich weg gehen muss. Ich bin gefühlt zehn Meter weg. Damit man nicht so halb draufkriegt. Für die kranke Bibibine. Oh, Erdbeeren. Ah, 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 ah. Für mich auch, für mich auch. Schlecht. Dankeschön. Doch, wir teilen uns die. Sag mal Tschüss. Tschüss.